Ja, Moment, ich mach mal kurz was, dann kannst du auch schön weiter labern. Psychopathen belagert. Kämpft weiter, Amikos. Wow, ja, wow. Ist da auch das hier? Da ist ein Auto. Das war so eine Nückelpinne. Nein, du erfahr mich nicht. Halt, stopp. Meins. Ich bin die Halsamie. Ich bin die Polizei. Von daher hat er leider Pech gehabt. Ja. In die Botanik. Muss echt mal nur geradeaus fahren. So stur. Ist nämlich schwerer als gedacht. Ey. Es wird ganz regnen. Tatsache. Hier muss man sagen, am Anfang fast kaum am Regnen, mal so in 30 Folgen einmal. Das wird immer öfter. Ja. Es wird immer öfter. In die Stadt. Mit dem Auto. Nein. Okay. Okay. Uhuhu. So, komm, jetzt rede ich wieder. Auto. 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 Und dann geht's weiter. Da haben wir schon was. Äh, ich mach lieber das da. Also die kann man nur machen, wenn man wirklich nicht in der Sicht von denen ist. Da oben. So, perfekt. Nächstes wo? Da, 140 Meter von hier. Sechs Monitore wieder, ey. Na, so viele Städte hast du nicht mehr. Der labert irgendeinen Scheiß da, weil der hat nur noch, kann ich sagen, sechs oder sieben Städte. Die im Gehorschen. So, zieh hoch, zieh hoch. 30 Sekunden für zwei Stück und die Gott sei Dank sehr nah beieinander sind. Und noch geht's. So. Damit haben wir die Monitore kaputt. Schöne Stadt. Hier ist sicher ein Propaganda-Schild. Sehe ich noch nicht, ich habe noch nicht genug befreit. Nein, das ist eine Mauer. Die Mauer halt, nein, niemals. Guten Tag, die Herren. Ich zieh mich da kurz mal ran. Drei Gefängniszellen. Nachladen. So. Ich hole mir kurz mal Unterstützung. Weil man kann die immer mal gebrauchen, ne? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Oh, doch mit mir. Da ich wieso keine Munition habe dafür. Und die Munitionskiste. Ja, eins. Hier, Feuer! Dann brennen. Brenner halt jetzt. Uh, der brennt ja wirklich. So, der Generator kaputt gemacht. Jetzt gehen wir nach oben. Mal hoffen wir. Nein, das schaffe ich nämlich nicht. Dafür schießen die nicht so gerne. Hey Leute, benötigt euch. Volles Fressen, ey. So, jetzt kann ich sicher... So, checken wir, ne? So, die erste ist befreit. Gefangen! In Freiheit! Problem ist, wenn die wirklich das angestellt haben, dann haben wir... Waffe fassen. Nein, ei, ei, ei. Nein, nicht runterfallen. Tja, das war dumm von dem, sich da zu verstecken. Und... wie er frisst ob sie so mittlerweile wieder tag ich höre was ich höre was ich hatte sogar zwei du kannst meinen mund halten ja irgendwas mit stabilität egal durch dich oder wir sind höher jetzt jawohl die stator fällt abbrechen so damit sicher zwei und genau hier in der nähe klaus soll noch eine da ist er doch ja liebe zu dir zwingt mich dazu als sie kaputt zu machen das propaganda schild unterwegs oder sein oh ja jetzt diese richtung sein soll dann machen wir das also ist da ist es drei stück das ist zweiter das dritte vorsicht okay funktioniert knapp drüber aber geschafft so hier soll auch ein sein sehr wahrscheinlich oder ja einmal umdrehen wäre nicht schlecht ich dachte das wäre jetzt meine rebellen sowohl zuletzt die letzte propagandabackert da mittendrin bei der polizeistation wäre wahrscheinlich alle einheiten klare anzeichen von gewaltausschreitungen da sie ist oh nein er darf nicht entkommen auch jetzt komm ach so flagge hissen ziehen und ab damit ist auch keine ahnung wie die stadt jetzt heißt aber auf jeden fall die nächste befreit da 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 fiesta fonte südküsten sprint zwei von vier ansiedlungen aber was tun wir auch das will ich haben sie hätten auch ein verfahren fisch doch wo ist die garage wir kommen auf garage setzen das ist schön das ist nämlich so ein transporter für uns fonte wurde befreit jede befreite stadt ist ein sieg gegen diese die rm bastardos unser freiheitskampf geht weiter mhm so 63er auto statt weltbus wir haben keine ahnung warum du es gebracht hast aber wir haben die kann man benutzen kann man schön voll laden als bus benutzen das fahrzeug will ich ja noch haben das habe ich sehr wahrscheinlich schon gar nicht auch wie süß vorsicht das ist schön dass du ein zipperscheit benutzt ui 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 yeah also solange dass die kann ich noch so ein bisschen rostig ui jetzt nein surfing auf dem auto strida carrera standard das ist schön naja dann machen wir weiter ist nämlich hier die nächste stadt und deine stadt was genau ein kilometer im limo eben nicht im limo so elegant damit falle ich auf jeden fall nicht auf so trifft ist die car auf jeden fall nicht gemacht zu überholen ja das funktioniert noch schön landstrecke hier wo war abbiegen ja das auto hat eine neue lackierung jetzt der 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 kaum toll so hat zwar kratzer drin aber keiner weiß dass ich es war die leute das propaganda schild umgefallen müsste mal kontrollieren Symbol unserer Hoffnung zerspüren. Ich park mal kurz. In meiner Stimme findet eure Stimme Kraft. In meinem Willen verbrennt euer Wille die Axt zu Asche. In meiner Stimme findet ihr die Wärme meines Schutzes, die euch durch alle Unbild des Lebens geleitet. So, weg damit. Ui. Oh, ah, ah. Jetzt fängt das wieder an. So, wie man es keiner sieht. Dum, 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 dum. Okay, warum geht die Lautsprecher mal kaputt? Kann man es jemand mal sagen? So, wo sind hier, äh, ui, da hinten ist eine Festung von denen. Ich habe leider keine Munition mehr. Ich kann zumindest das hier. Damit verbinden. Ja, lass mich da hoch. Und dann tue ich das nochmal verbinden. Ziehen. Hoppala. Nee. Ja, die gehen jetzt schnell kaputt wieder. So, dann ist die Polizeistation jetzt dran. Ah, und das Proplaganda-Plakat. Ich habe drei Schüsse. Tschüssi. Lass mich rein da. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Drei Schüsse. Ähm. Ja, in Ordnung. Ich will das Auto nicht haben. Okay. Uuuh. Jetzt, schnell. Sinnlos für euch. So. Die könnten mir ruhig mal ein bisschen... Oh, hi. Machen wir es so. Nur eine kleine Waffe. Selbst hier hat er aber... Dann schon Durchschlagskraft. Alter. Mach damit. Falle rum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sop. cuzSpoel. Bis zum nächsten Mal. so bigger. Dir. Dann Wayne. Bis zum nächsten Mal.